ich habe einen bunker gefunden okay am besten fahren wir mit den autos aber das ist ja gut platziert hier das auto von unten da runter schieben wieder ich wollte eigentlich drauf klettern aber das hat nicht so funktioniert warte mal ich mache oder soll man sich vorfahren ja habt ihr also man kann von hier aus snipern so ist nicht ja dann versuchen das mal warte mal habe ich dann schalldämpfer das wird aber sehr exklusiv die schüsse ich habe eine pistole wobei ich könnte gut treffen wenn ich allein den tank jetzt anschießen seid ihr soweit warte 321 du kannst das feld beobachten und die abknallen wo auch in den näher rankommen und bescheid sagen von welcher richtung zu kommen also ich bräuchte eine bessere sniper warum habe ich nur so eine billowsniper ich habe eine ak mit gewährten ding drauf ich kriege ihn nicht tot da ist noch ein tank kommt da noch jemand wisst ihr was die reagieren nicht mehr wir sind zu weit weg für die ja ja aber so kommt auch kein nachschub ja ich war mal mit meinem auto ein stückchen weiter vor willst du es wirklich triggern ein bisschen ne 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 nicht triggern ich will einfach nur ein stückchen vor um da nachschub zu organisieren wir brauchen noch den nachschub nicht oder ja der muss aber kommen ja weil wenn wir näher rankommen kommt er so oder so wenn wir dann das schutzzeug holen naja aber wenn wir alle davon mit der sniper entfernen also gibt es keine wagons mehr und sie können keine verstärkung rufen rein theoretisch oder falls es so funktioniert ich hoffe aber jetzt langsam auf ok also ich hab gesagt wir positionieren uns jetzt alle ein bisschen weiter vorne oh ja da kommt sie ja soll ich rein und nein das war eine scheißidee ja nicht zu nahe schützt nicht mein auto noch nicht bern noch nicht bern oh gott fährst du da gerade wirklich äh von hinten nein da fährt keiner rein da fährt keiner rein ah von hinten kommen sie ja die leute in den autos sind da in wagen ok soll ich soll ich triggern die kommen doch schon mit verstärkung auch schon getriggert dann da stellung halten mit kuh also bei mir ja und sag mal wie tut man sie mit gamepad verstecken ähm äh lb ne quatsch rb 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 schießt diesen diesen wagen den weißen nicht ab nicht den weißen an der kreuzung da fahr ich jetzt den hol ich mir ok weiß an der kreuzung abschießen hab verstanden nein ja ok fast roger roger ok ich fahr den von hier über dem haufen heute sehr gut also die ohne innen schiebt der blablabla ja exakt die unenten vertiefste sache die man hier in diesem spiel integriert aber eindeutig diese scheiß waffen die schutzwestern und der schutz genommen also ich steige jetzt in das flugzeug und fliegt los fliegt gut versteckt fliegt wie ein vogel ein paar fliegt fliegt meine ich nicht war fliegt da kommt die wieder irgendwo angeflogen ich hebe ab ich hebe ab feuer frei leute von rechts kommen wir her ok ok zieht euch zurück ich sehe nur noch drei weg aus unten steht dran wir müssen die hier alle weiter abknallen sind nicht mehr viele jaja aber müssen wir halten ok dann mach das vorsichtig aber das bekomme ich hoffe ich nur noch zwei vagos oder ja das kann sein ok langsam als vorrücken wenn jemand das sieht kontakt ja der eine ist tot der andere ist jetzt da rechts irgendwo ich sehe nichts ist es dunkel ich stehe unterbeschuss ich sehe ich werde es mich fast umgebracht ich habe ich habe ich habe vielleicht noch ein viertel das kann ich aber auch nicht abballern wir können sie ausprobieren ok ich bin bald da ok verpissen leute alle im wagen und weg hier weg hier schnell wir haben es geschafft ich bin ich bin ich bin bei karl korruptor die wir haben ja wir haben keine kontrollschwierigkeiten keine sorge keine sorgen das klappt alles ich glaube unsere reifen sind fahrrad ja drei von zwei äh vier drei von zwei ja ich hab den bissl sturm heute schon also besser als wenn zwei von einem leben Aussteigen, weg von den Wagen Nein Einfach auf Björn warten Einfach auf Björn warten Wir machen jetzt mal Disco-Show, oder? Nein, einfach nichts tun Warte, du bist der Pilot Ich bin nicht da Los Björn, wir glauben an dich Ich bin der Busch Ich bin ein alter GTA-Zocker Das geht, ich bin schon gelandet Da, da hinten ist das Auto Seht ihr es? Da, genau da Du meinst da? Da Wie machst du das? Mit B Mit da? Ja, da Ich bin im Hangar angekommen Das ist nur noch auf die Markierung Ah, schön Und da ist Alice Und da ist Björn Wo? Seh dich nicht Im Ziel Wuuuuhu 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 Der einfachste Teil der Mission ist erledigt, Leute Wuuuuhu 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 Wir haben es geschafft Jetzt kann es ja nur noch schlimmer werden Jetzt kann es nur noch schlimmer werden Jetzt kommt erst der Horror Wuuuuhu 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 Weil da müssen wir ins Gefängnis rein Ah ne, müssen wir nicht Ne, wir müssen den, glaub ich, unterwegs Wir müssen erstmal den Bus auf dem Weg auffangen, oder? Genau, ich glaub, wir müssen den abfangen Wann verstecken? Richtig Ja, großartig Hey, wir haben jetzt vier Folgen gemacht Da werden vier Folgen voll Vier volle Stunden Ähm, ja, und das sehen wir dann auch beim letzten, äh, beim nächsten Mal Wir haben ja insgesamt mal vier Stunden insgesamt für jede, wenn wir für jede Stunde eine, für jede Mission eine Stunde brauchen, haben wir 16 Folgen Ja, das ist noch bad, oder? Ja, 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 so richtig Ne, ich glaub, es werden sogar noch mehr, weil da gibt's ja noch so Zwischenmissionen Ach, gut, scheiße, ich seh schon, wer am längsten, äh, am öftesten stirbt Hier Ja, aber, da würde ich mal sagen, wo ist jetzt, ah, da ist Raphael Ja, genau Da stellen wir uns einfach mal nebeneinander Ja Und sagen wir, sagen wir einfach mal, äh Tschüss, tschüss Äh, ja, genau, oh Gott Beim nächsten Mal sind wir schon schlimmer Oh ja Ich seh schwarz Ich seh, ich seh schwarz, ich bin schwarz, ich seh ihn, äh, warte Okay, Leute, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao